Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Forest wollte ich gerade schon sagen, Suns of the Forest natürlich. Ja, heute haben wir einiges zu tun. Wir wollen bauen und unser Kumpel hier sammelt schon mal fleißig die Stöcker, die wir benötigen und ich werde in der Zwischenzeit noch mal ein paar Bäume fällen und da besucht uns auf Virginia. Mal schauen, ob sie Angst noch vor uns hat oder ja, das hat sie wohl noch. Ist noch schüchtern. Verständlich habe auch eine geniale Akt in der letzten Folge gefunden, also Herr Steine kann ich immer noch nicht drauf sammeln. Irgendwann werden ich es auch. Oh nein, nicht in diese Richtung. Na, hat es das überlebt? Puh. Oh. Keine Angst, Virginia. Ich tue dir doch nichts. Wo schmeißt du eigentlich die Stöcke hin? Verdammt. Ich hoffe nicht ins Wasser. So, was macht der Kollege da hinten? Ich hoffe, er sammelt immer noch Stöcker. Ja, wo schmeißt du die ja nicht hin? Das würde mich echt mal interessieren, weil ich doch... Ach, weißt du was? Ach, nö. Ja, das sehe ich auch. Ähm... Bauel... Genau, dann kannst du doch die Konstruktion da selber abschließen. Warum soll ich das machen? Ja, gut. Dann mach das mal. Äh, das ist ja noch einer von denen. Oh, Eichhörnchen. Wo bist du... Mist. 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 Mann! Das gibt's doch nicht. Mist, kein Ausdauer mehr. Warte, ich bin schon wieder müde. Lass Virginia in Ruhe. Höh! 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 Es kann ja auch... Lass mich hier so in Ruhe bauen... Und schau mal auf. Lass mich in Ruhe. Ich würde mich mal dann pennen, wenn er da ist. Ich würde mich in Ruhe. Hier fehlt ja schon wieder was. Hä, war das Film auch schon weg? Ok, stimmt doch irgendwas nicht. Ja. 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 aus spät ist das kann man schon pennen gehen ein bisschen früh das ist gut ich bin aber immer noch müde ob das ein energy drink hilft haben wir ein paar, können wir mal ein zischen uh tatsächlich äh haben wir noch welche doch da können wir erstmal welche sammeln ja das habe ich auch nicht zu Ende gebaut ups ja Gucken, wie viele da reinpassen. 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 Blätter für mich oder für meinen Kumpel Keldin. Gucken, wie viele da reinpassen. 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 Gucken, wo viele da reinpassen. Ha, Tá,cribed. Tatsächlich, wurde本当 wirklich richtig ge homework. Einer, Titel. Das ist ja schon. Schöne! hier war die vorräte steine das ist gut Okay. Gut, Calvin ist fleißig. Alles klar, ich würde sagen, das war es dann auch für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da, ein Abo oder ein Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Sons of the Forest. Vielen Dank und bis dahin, ciao.